Leverkusen gegen Fürth. Oh Mann, das gibt wieder eine Packung für euch, Fürth. Nee, nee, nee. Dieses Mal haben wir ein richtig gutes Gefühl. Ja, Fürth. Ganz toll. Der Start war vielleicht etwas holprig, aber wir kriegen das noch gewuppt mit dem Klassenerhalt. Mhm. Leverkusen, bitte schalt doch einen Gang runter heute, ja? Bundesliga, du weißt, das kann ich nicht machen. Aber wenn Fürth da heute wieder abgeknallt wird, sagt wieder jeder, ich bin eine Bauernliga. Keine Sorge, Bundesliga, wir sind alles andere als Laufkundschaft. Fürth, Mann, halt's Maul. In den letzten drei Ligaspielen habt ihr 17 Gegentore gefressen. 17! Ja, ja, wir haben gerade mal Spieltag 14. Am Ende kackt die Ente, mein Lieber. Ja, ach komm, Leverkusen, verprügel Fürth ruhig richtig. Wirklich? So volle Pulle? Ja, Vollgas. Sie lernen es ja so oder so nicht. Okay, ist gut. Fürth? Ja? Nenn mir doch eine Zahl zwischen 1 und 10, bitte. 7? Aha, gut. Und noch eine? Äh, 1? Mhm, Spitze. Endergebnis 7 zu 1 für uns. Aus die Maus und auf Wiedersehen. Wie? 1 zu 7? Ja, Fürth, du bist leider einfach zu schlecht für die erste Bundesliga. Tut mir leid. Aua, Bundesliga. Das tut weh zu hören. Ja, komm, frag doch Leverkusen, ob sie vielleicht gegen den Schmerz noch ein paar Pillen haben. Nee, sorry. Nur Doping-Tabletten für den Patrick Schick. Ja, okay, schade. Moment, was? Ähm, äh, äh, Fürth hat gerade mal einen Punkt. Ja, und das wird auch noch länger so bleiben. Äh. Ja, okay. Ja, okay. Okay, let's go.